moin leute was geht und herzlich willkommen zu diesem neuen video hier auf meinem kanal und heute gibt es einfach mal wieder roblox und heute und heute müssen wir einfach mal gegen die zombies kämpfen leute nämlich hier auf dieser map sind zombies und die müssen wir bekämpfen okay wir haben sogar eine oh mein gott oh mein gott und wer heute wenn ihr mehr roblox sehen lasst auf ein abo und leichter würde mich mega freuen wir sind hier auf dem weg zu den 100 abos wenn ich jetzt in jedem video sagen und wir haben hier eine power granate und ich werde sie aus versehen okay wir haben hier auch noch ein einfaches messer das können wir auch werfen und okay heute wir haben jetzt hier schon mal die schrotflinte und für jeden kill kriegen wir ein bisschen geld mit dem geld können uns den waffen kaufen ich habe hier schon mal die schrotflinte mir erst geholt ja und dann werden wir zombies schnitzeln boom okay ich will jetzt mal sagen leute mein gott das sind fliegende zum jürgen das gehört dazu das gehört dazu sorry okay okay jetzt wird es erst mal noch ein bisschen langweiliger aber irgendwann werden das sind so viele zombies ich schwöre irgendwann werden es so viele und irgendwann müssen wir auch gegen den zombie boss kämpfen leute deswegen es jetzt ist es vielleicht auch ein bisschen langweilig aber irgendwann müssen wir danach gegen den zombie boss kämpfen und das ist dann mehr oder weniger als lustig okay wir haben jetzt schon mal erweilen bestanden es kommt die nächste jetzt kommt werde drei das werden jetzt schon mehrere haben wir gleich mal ein ist die range überhaupt soweit hey hey da unten na okay okay das ist auch ein bisschen stärkeren bosse dieses leim mal jetzt kein boss ist ein ganz normaler zombie aber wie gesagt ab und leichter lassen oh mein gott die von mir immer von hinten okay dann bei dem einen werden den verfolgt die ganze welt in der moin helfen moment okay okay genau leuten das problem ist es ist halt wenn ich also rüberwischt und schießt es von automatisch das ist das aber ich muss schon drücken aber rüberwischen dann schließlich irgendwie automatisch also wenn ihr wisst was ich meine leute ich glaube ich habe schon gesagt ich mache jetzt jede woche ein live stream 1 bis 2 live streams also leute ihr müsst immer dabei sein vielleicht der nächste live stream ich weiß nicht vielleicht wird das roblox werden da suche ich mir ein paar schöne maps raus die vielleicht spielen werde im live stream und dann ja leute ah zombie okay ich habe mir so ein gott leute ah naja mit dem messenger schnipsel ich glaube somit geht das schnell der tote ah nein ich bin so tot leute ich bin so tot leute guck dir für mein leben an shit ich darf mich nirgendwo mehr hinten lassen ja meine leben laden sich wieder auf oh mein gott alter wie wenig leben ich halt hatte oh mein gott ich muss halt ganz schnell los hier unten hier unten scheiße ich bin so riskant wisst ihr er verfolgt wie so ein ganzer zombie marsch ami aber leute das gute ist und wir haben welle bestanden welle vier das gute ist die zombies sind die schneller als du selber das wäre dann komplett wenn die schneller wären als du selber die zombies das ist immer noch zu gut man kommt immer noch leicht von ihnen weg also hier sind auch noch welche wir holen wir uns auch mal oder ich sage euch ich feiere roblox zurzeit so hart ich feiere sogar mehr leute ich feiere sogar roblox zurzeit mehr als fortnite ich schwöre es ist einfach wirklich roblox ist einfach das geilste game aller zeiten das ist einfach so roblox ist halt echt einfach das geilste game okay leute wir gehen jetzt mal hier entlang wenn man ziehe noch mal umgucken sind hier noch ein paar zombies ja kommt riff ich habe kein aim ich habe kein aim gut wir haben wir haben ihn und leute ich hole mir vielleicht jetzt dann gleich eine waffe nachdem ich diese welle hier besiegt habe wo ich mir eine waffe eine andere weil jetzt ich habe eigentlich ziemlich viele oh mein gott ja dann muss ich fast mit der waffe power up irgendwo jemand hat ein power up unverwundbarkeit also das war sogar ich ich habe jetzt kurze unverwundbarkeit guckt leute wenn sie mich angreifen richtig damit ich habe irgendwas gekriegt power up super tempo oh ja nice geil super tempo alle die ehre nehmen diese ekelhaften zombies gut leute und nicht wundern ich mache zu diesem video nur abonnenten ding rein und intro weil ich mag jetzt heute nicht so das video so hart bearbeiten liste weil ich mag jetzt noch rausgehen ich wollte einfach für euch die für meine community für euch wollte ich hier heute noch das video raushauen mein gott weil ich hau zurzeit jeden tag video hoch ich mag ich mag auch noch die ich mag wirklich halt die 100 abos schaffen leute und nur ihr ihr könnt mir dazu helfen die 100 abos zu schaffen wir haben schon zwei noch da haben wir die 60 leute also einfach nur abo da lassen leute lasst ein abo da es ist ganz einfach ihr könnt mich kostenlos unterstützen mit dem abo ich mag jetzt nicht zu viel labern leute es ist eure entscheidung ob ihr abonnieren wollte ich mag auch nicht so aber es wird mich wirklich mega freuen weil fortnight tik toks gehen zu weit ich weiß nicht aber es gibt halt so viele hälfte die irgendwie zurzeit ziemlich selten stimmt ich glaube es ist war vielleicht mir gewinnt wegen diesem corona virus video aber ich glaube es ist ja irgendwie also ich habe wirklich noch nie gehaltet die feiern immer leute ich weiß nicht wie es euch geht könnt ihr auch mal gerne in die kommentare schreiben habe ich war ja ziemlich zwar wirklich immer noch es war das war mit dem corona virus video ist zwar nicht gerade ich weiß nicht ich glaube das haben ziemlich viele gesehen war zwar nicht das beste und hat auch wirklich ganz viele d abos gemacht das video aber ich fahre ihn halt immer noch leute die range ist halt schon stabil blöden zombies zombies oh mein gott ich habe so wenig hp ich habe zu wenig hp merke ich gerade der zombie hat auch so wenig hp halte oh mein gott wie knapp ist halt immer schafft ich würde sagen oh mein gott die zombies kommen immer möchten wir jetzt kurz mal in den waffen shop gehen heute verkaufen okay ich habe sie mir gekauft habe ich schon im besitz nein habe ich noch nicht heute ich möchte jetzt ganz schön haben please please ich habe jetzt hier eine andere waffe gekauft im inventar habe ich die im inventar ich schaue schnell kennen die granate noch leute ich möchte nicht gleich so viel auf einmal kaufen deswegen inventar inventar okay welte 9 aber ich möchte jetzt mal kurz ich auf inventar genau im 1 granate k hier haben sie oder ausgerüstert okay leute jetzt haben wir sie schauen wir mal wie die waffe so ist hoffe diesmal ganz cool die range kurze range test treffe ich jetzt einfach nur nicht oder ist die waffe ja der damage leute schon stabil gut das ist ein zombie mit bisschen mehr leben aber der ist damage ist stabil gut den zombie den bruch generell mehr aber diese eine zombie da gerade den habe ich komplett die maximale leute kommt der damage ist stabil finde ich zwei hits sind ist er tot also so ein normaler gröner zombie ist mit zwei hits daun also leute es ist ein stabiler der mit also ich mit ernst ja ist auf jeden fall stabil okay leute ich gehe jetzt mal hier hoch werden wir hier mich noch ein bisschen umgucken weil ihr wisst schon bescheid okay leute hier ist ein ganz schöner brocken die kruppe was ich für den damage gibt es ist schon also ich feiere die sogar leute ich könnte mir sogar noch eine holen nämlich die hier die möchte ich jetzt hier auch gerne noch ausprobieren leute ich kaufe gerade eindeutig zu viel aber ausgerüstet rüste sie aus nein möchte sie jetzt schon ausprobieren warte ich kenne jetzt mal kurz noch mal die da das ist jetzt noch mal das ist nicht mehr die waffe ich probiere die gerade noch mal aus leute schnell ich muss die nummer schnell killen okay da kommt noch mal normaler zombie kann ich den aus dem fenster klären nein eben nicht komm bevor es noch mehr kommen ich muss es hier nur noch mal schnell gegen übrig ein gegen ist noch übrig der ist da unten boss im anmarsch boss im anmarsch leute ich brauche schnell diese eine waffe da inventar inventar okay ich habe sie oh mein gott okay leute wo ist der boss okay jetzt haben wir bosskampf ich glaube da unten wo der auch hingeht wird wahrscheinlich der boss sein wo ist der boss ich weiß es nicht leute okay wo ist warum schießt er auf mich ich bin nicht der boss oder ich der boss nein ich habe gerade getan ob ich jetzt wohl der boss wäre ja okay leute ich weiß es nicht wo der boss ist das ist ja gerade selber neu warum ich nicht weiß wo der boss ist ich glaube da leute ja da ist der boss jetzt ballen wir drauf okay leute wir müssen die besiegen bleib stehen boss okay er kriegt wirklich viel damage er kriegt richtig gut damage leute also wir geben ihm so gute hits oder eher gesagt alle leute da oben sie okay okay fuck warum wollen wir drauf ist da yes leute aber nochmal leute wenn euch das video gefallen hat was das schon macht der chat also leute wenn euch das video gefallen hat lasst auf jeden fall ab und like da wird mich mega freuen ich probiere zurzeit täglich ein video raus zu hauen und ja wenn euch das video gefallen hat lasst auf jeden fall ein abo und ein like dann sage ich wieder ciao ciao